hallo und willkommen auf meinem kanal und zu einem neuen video ja ich wollte euch mal vor wochenende noch einen doch recht interessanten spot zeigen ich bin immer noch am kupfersee ich muss schon selber über mich lachen ja und hier an dem spot gehen eigentlich nur so dinkelsbühler und auch die freaks also hier bleibt man auf jeden fall verschont von schuppenkarpfen und so weiter also hier fängt man auch keine kurs oder f1 obwohl die f1 sind ja echt geil und die bringen auch richtig geld aber hier hat man auf jeden fall nicht die spiegel an der backe und die schuppen aber noch ein spiegler da haben wir noch ein bis drauf ich hatte gestern abend eine stunde hier probiert und da waren zumindest knapp 600 silber das ist was kleiner hier da habe ich aber auch kann man set up reingucken das geht hier um tutti frutti 14er pop-up das reicht 18 18er pop-up sinkt die frequenz ganz arg in den eimer das tauschen jetzt wieder aus das war mal so ein probeding auf kunst mais gelb fängt man einfach besser und dann das met meyer's tutti frutti und ich habe mir quasi gebastelt meist mehr als basis totti frutti 10 gemahlen totti frutti 15 pop-up gemahlen dann zwei feed pellets und totti frutti man könnte auch die gemahlenen beulis einfach weglassen es gibt genug totti frutti gedöns sage ich mal kann man auch komplett ohne beulis machen wenn man will und wir gucken jetzt mal wo wir stehen wie gesagt es dauert immer ein bisschen ja bis der spot ja überhaupt anläuft also bei mir ist es auf jeden fall mittlerweile so das braucht schon einige pva section bis das mal in ballon kommt und dafür lasse ich aber auch die zehn gramm pva immer eigentlich durchgehend drauf oder marsch nix runter hat mir bis jetzt noch nichts geschadet oft geht es dann zwei stunden guten dann wechsel ich eben den spot ist ja ganz einfach hier links ist ja der spot wo seit tagen alle stehen da war ja auch das letzte video von mir da habe ich gestern probeweise mal ein 18er vorfahrt 18 kilo drauf gemacht hat geholfen es kam vielmehr f1 dazu also sehr interessant mein manche meint noch im chat ich den damit 13 kilo ja weiß ich nicht wenn ich dann da so ein viel draufkriege habe ich keinen bock jetzt um den ganzen see zu rennen ich habe es mal probeweise mit 18 mal schau gestern bei twitch jemand gesehen der hat einfach mit einem 31 kilo gestanden und hat genauso gefangen also aber auch mir ist aufgefallen die f1 so gingen bei dem 0,3 mm weil wir haben ja diese braid ich liebe das vor allem in der farbe rot obwohl die vorfahrt war ja überhaupt nichts zu sagen hat im spiel aber ich fand gefühlt besser auf dem roten warum immer jetzt haben wir hier 0,4 mm bei 27 kilo und das 18 hat ja auch nur noch 18 kilo hat nur noch 30,3 mm 1er haken drauf und fertig und wir gucken mal im cash rein also von hier unten an ist der spot vom letzten video das waren 900 silber in eine stunde und 20 minuten aber auf banane kunst mais alle drei banane kunst mais und ja sogar ein schwarzer dabei kreuz dabei kann man nichts und jede menge f1 die alle auf das 18 eingestiegen sind sehr interessant auf jeden fall und bei dem banane also karamell lief hier vorne nicht mehr am start spot habe ich wieder kommen jetzt probierst du einfach noch mal old school banane und siehe da ging gut kann ich euch jetzt auch mal das pva eben gleich zeigen da kloppen die erst mal ein morgen stund hat goldem und so nehmen wir den auch noch hier also hier im spot würde ich mich auf jeden fall nicht mit einem 18 oder weniger hinstellen weil gestern habe ich auch ich glaube 27 kilo gehabt oder 26 das macht dann wenig spaß ich weiß gar nicht wo der war gucken ja ne 23 kilo aber ging gut ab ging gut aber auf jeden fall dann laufen 13 kilo vorfach hätte ich jetzt keinen bock drauf zeige ich euch eben mal das bananen zeug wenn ihr da vorne noch mal angeln wollt da schon so viel bananen hat muss ich es eben nana nennen jetzt muss man gucken ob ich das richtige nana finde genau das hier maismehl banane 14 gemahlen süße banane 10 gemahlen banane feed pellet 7 feed pellet 12 und banane als dip dann halt bananen kunstmais und das war es auf zehn meter vom letzten video hinten an dem eimer hier am start ja da könnt ihr schön mit bananen angeln ja und hier eben mit tutti frutti das schöne ist wie gesagt auf den tutti frutti es gehen keine spiegel und keine schuppis rein dafür gehen aber auch so gesehen in die kreis rein aber trotzdem wir stehen hier hier ist ja der start start spot und dann hier um hatte ich am anfang mal ein video gehabt auch das erste sogar vom kupfersee da stand ich genau hier auf kokos und sahne lief auch gut jetzt eben auch tutti frutti bei 61 62 clip ist 20 meter und ihr seht funktioniert wunderbar bringen auch gut geld ich würde jetzt hier auf jeden fall noch meine happy hour durch prügeln und euch wünsche ich dann ein schönes wochenende bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss sage ich will schon mal kommen wir machen auch das was kleineres und dann ein kleiner baby alles klar haut da rein macht's gut und tschüss